Herzlich Willkommen bei Schaumer Garten. Der Braunbrustigel hat ein riesiges Streifrevier. Die Männchen sind bis zu 5 Quadratkilometer unterwegs im Laufe des Jahres. Wenn wir unsere Gärten igelfreundlich gestalten, dann sollten sie durchlässig sein. Dichte Mauern, Zaunsockel oder ähnliche scharfe und undurchlässige Kanten sind zu vermeiden. Eine Faustregel dazu. Eine Männerfaust von etwa 10 cm Durchmesser sollte bei Durchgängen durchpassen. Wenn ich sie als Mensch leicht hinein und wieder heraus ziehen kann, dann wird es auch der Igel schaffen, vorwärts oder rückwärts durch solche Löcher im Zaun zu gelangen. Unsere Hausgärten, unsere Nachbarschaft, unsere Siedlungsräume sollten so durchlässig für die Igel werden. Wir sehen uns auf Schaumer Garten, at Natur im Garten.